Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf Stadtmitte. Die Wohnung hat einen Personenaufzug. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 45 m² beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 790 Euro pro Monat. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt. Mehr 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 Mehr